Was sind die drei Hauptvorteile für diese Sofortbelastungstechnologie? Ich werde oft gefragt, welche sind die drei Hauptvorteile für diese Sofortbelastungstechnologie? Das lässt sich wie folgt zusammenfassen. Die Behandlung ist schnell, sie ist sicher und sie ist schmerzfrei. Die Behandlung ist deswegen schnell, weil wir nicht auf die Einhellung der Implantate warten müssen. Und sie ist deswegen sicher, weil viele zusätzliche Prozeduren, wie zum Beispiel ein schmerzhafter und zeitintensiver und teurer Knochenaufbau vermieden werden. Sie ist aber auch deshalb schmerzfrei, weil im Normalfall keine große Operation notwendig ist, um die Implantate einzusetzen. Der besondere Vorteil dabei ist, dass wir eben nicht auf die Einhellung der Implantate warten müssen, sondern wir können die Implantate sofort mit den Brücken versorgen. Dies auch in den Fällen, in denen Zähne zur gleichen Zeit gezogen werden. Diese Technologie kennt also keine Wartezeiten. Dies macht die Behandlung so schnell. Dadurch wird die Behandlung natürlich auch wesentlich preiswerter. Das ist die Behandlung. Das花ier ist die Behandlung, Helfer im Behandlung anbieten. Vielen Dank.